Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Daniel müsste sein, ne? Ja, genau. Dann, äh, ja, willkommen zu uns zu den Ausdruck. Siege jetzt mal im Quick-Match auf. Pamela. Ja, weil ich gesperrt bin für mein Internet-DC. Hm, selbstverständlich. Und ich sehe direkt schon irgendwie eine Aufnahme, dass ich ab und zu mal Dips hab in der Framerate. Ja, viel Spaß beim Einsteigen. Das hat lange dauert damals. Naja. Ich muss immer am Tag Zeit nehmen und sämtliche Einstellungen in OBS anpassen und testen. Sams hat mir nicht auch gemacht, es hat ewig gedauert. Von nix gucken, nix. Yes. Ihr habt ja schon ewig mal rumprobiert, das einzustellen. Das hat mir hier irgendwas geholfen, von dem hab ich es dann gesehen gelassen. Das war das Problem immer. Da musst du mit Fraps aufnehmen und maximal große Dateien. Ja, der Fraps ist bei mir halt richtig kacke. Ah! Okay. Kali. Nein! Hat mich geholt. Kali. Wo hat sie dich geholt? Treppenhaus direkt am Raum. Ja, da, ja. Ich hab Marc hier sie mal. Drecks Traume. Ich sag' euch bescheid, jetzt steht sie. Na. Okay, sie macht's schlau. Dass sie nicht vor der Tür steht. Sie kommt gleich rein. Jetzt, sie guckt, sie guckt in den Raum. Sie piekt, sie piekt, sie piekt. Sie piekt. Sie piekt mit der Sniper. Und... Recruit Rush! Recruit Rush! Noi! Gut Rush, Ash! Rush Rush! Nicht gut. Nicht gut. Hier, ich hab die Luke geöffnet. Spring rein, spring durch! Nee, spring, ich geh durchs Fenster. Drei! Kommt! Bei mir war noch oben einer. Bei mir war hier oben noch einer. Wo ist denn hier? Vier. Komm, gib mir das zwei der Ace. Hier oben ist noch einer. Hab ihn. Sorry. Ich dachte, ich hab vier gemacht. Aber ich den N plus verletzt hab. Schade. Liegt der da noch Verletzungen? Nee, nee. Ist schon vorbei. Der hat mich komplett genosselt bei dem Rush-Fenster. Achtung! Achtung, Sub. Der... Das ist, äh... Kali... Kali... Kali ist tot. Das ist Glass. Ist das Glass? Das ist der Glass. Wisst ihr, wo er ist? Ich weiß nicht. Irgendwo da. Da. Nein, nice. WTF, was ist los mit dir, Sub? Du hast doch eigentlich trainiert, ey. So ne Pause hat mir irgendwie immer gut getan. Ich hab immer nach ner Pause gut gespielt. Du bist ein Jahr irgendwie ins Bootcamp der Pros gegangen. Hm. Das war ein Jahr lang abgängig. Abgängig. Wo Sub meinte, dass er keine Lust mehr auf C-Chattel war, ist eigentlich nur ne Ausrede dafür, dass er ein Jahr lang... Ey, ey, wir verteiligen nochmal. Ja, auf seinem zweiten Account. Ah, ja, stimmt. Da läuft der Proling abgängig. Dein Quickmatch ist jetzt, glaub ich, 2-2, soweit ich weiß. Ah. Also, im Rank ist es 3-3, im Quickmatch 2-2. Boah, Waffenraum ist kacke, ey. Will einer Mute nehmen? Mute und Jäger? Ähm, ja, kann ich nehmen. Willst du Mute nehmen oder soll ich Mute nehmen? Ich hab schon mitgenommen. Hm. Okay. Waren eh dann nur 2 Sekunden und dann hätten wir schnell machen müssen. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Bereich... Ach ja, Junge, ich mach jetzt auch meine Praxis-Fahrstunden jetzt. Oh, nice! Läuft? Hm? Läuft? Ja, läuft. Sehr cool. Ja, deswegen gesagt, bis in der ersten Stunde musst du erstmal den Unterschied zwischen halt Bürgersteig und Straße lernen. Da gab's auch... War ein bisschen heultrig die erste Fahrt und so. Ja, gut. Ist... Meistens wahrscheinlich, ne? Aber... Ist halt immer so, genau. Ist jetzt nichts. Dramatsschluss. Hat die Fahrerin auch gesagt. Auch in der ersten Stunde überfährt man auch ein paar Leute. Kannst du ja bald öfter zu mir fahren. Hier ist noch ein Dropper. Will den einer zumachen? Dann könnt ihr, wenn ich nächstes Mal in Hamburg bin, dich abholen fahren. Ah, ich bin auf dem Weg. Dann könnte man dich abholen fahren. Ja, ich mein dich abholen fahren. Mich abholen? Ja, das stimmt. Ja, doch. Das ist nicht so tragisch eigentlich. Habt ihr die Luke aufgemacht? Ich hab's ja dicht gemacht. Ich hab's ja dicht gemacht. Ich hab's ja dicht gemacht. Nein, ich hab's ja dicht gemacht. Soll ich die machen? Okay, gut. Weil ich keine Zeit hatte. Hm. Ähm. Aber ja, deswegen... Also, ich bin auch schon... Oder sowas mich überrascht hat. Ich bin schon in der ersten Stunde auch quasi... Ja, alleine gefahren. Direkt. Kali. Wie heißt sie? Kali. 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 So merke ich mir die. Ja. Ich markiere. Das ist wieder Rekrut, Leute. Ah, zwei Rekrute. Oh, nein! Oh, Treppenhaus. Oh, nein! Sub, komm her! Er ist umgekämpft. Sei noch. Ich hol dich. Ich hol dich. Ich hol dich, Bro! Kali! Kapp dich! Fahne? I don't like this Ella. Rechts war einer, Sub. Rechts war einer. Rechts kam Schüssel. Oh, baby! Oh, das war geil, ey! So. Daniel Camps, wo ist der letzte? Guck mal, Mensch. Ich hab fast geschossen aus Hopper. Oh, verdammt. Man sieht jetzt auch, dass man im Mute-Umkreis ist, Sub. Guck mal. Oben noch im Treppenhaus. Wenn du hier reinkommst, Sub, guck mal, da hast du unten links ein Mute-Zeichen neben deinem Mute-Zeichen. Ja, kommt oben rein. Man versteckt euch einfach auf dem Wasser. Was ist das? Jetzt sieht man, wie weit man im Mute-Kreislauf ist. Das ist unten links. Das ist das kleine Icon. Ach, da. Nehmen der Helf-Anzeige. Soll ich dir nochmal in Fu- Ach ne, du warst schon verletzt. Ich kann dir nicht in den Fuß schießen. Okay, hier sind wir irgendwie kacke beide drin. Ich geh mal raus. Ich hab die Tür. Hat jemand die Haupttür? Ne. Ich hab die Haupttür. Bernie, nimm mal du die Tür längs. Dieser? Ja. Ich nehm die Haupttür. Wer hat die Tür hinter mir, Sub, ne? Ja. Der ist über uns. Der Typ. Ja, was will er machen? Er ist Recruit. Er kann nicht alle drei. Kann nur schon. Natürlich. Kann nur schon. Auf einmal nicht. Du kannst dir vielleicht nochmal ne neue Rüstung holen, Sub. Ja. Wenn du so angehörigst nicht in eine Reihe stellst, dann kann er es nicht. Das ist natürlich genau in dem Moment, wo ich die Scheiß raus holen. Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab die, ich hab das Fans da. Hab da, hab die Tür. Okay. Er, er rennt wieder weiter. Ja. Warte, ich geh nochmal hier rein. Ich glaube, er kommt durch die Tür, wo Bernie deckt. Bernie, deck mal die andere Tür. Die haben wir hier. Bleib mal bei deiner Tür. Ich hab, ich bleib bei der Haupttür und Sub, bei, bei, ja, tschüss. Und Subtür. Sau, Alter. Sexkills, ey. Holy shit. Ich will nur anmerken, dass ich auch ein ziemlich nice ein Doppel-Kill-Headshot hatte im Treppenhaus. Nee, du bist scheiße. Du bist scheiße. Ich glaube, Carly ist, wenn, wenn du bei Carly in einer Reihe stehst, die hat durchschließ, äh, durch, äh, Piercing-Schaden. Hm. Weil normalerweise, wenn du... Durchschließt dann durch Piercing-Schaden. Ja, also halt, äh, du kannst, durch mehrere Leute, durchschließt. Wahrscheinlich fallen da mehrere rum, ja. Ja, ja. Okay, Jungs, soll ich Fuse nehmen und es versuchen, dann reinzufusen? Ja, ne? Ja, fang. Easy. Na, ist nicht so easy. Ich könnte auch einen Headshot kassieren. Easy. Ah, easy. Kriegst du... Weißt du noch, ähm, ähm, Coba, die, ne, war das Coba, war, warst du das, oder war das Sub? Die eine Wolkenkratzer-Map, wo ich meinte, pass mal auf, ich fuse hier rein, bam, dann ist echt einer gestorben. Ich glaub, das war es Sub. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern. Keine Ahnung, ich stimme auch nicht. Das, ich hab so komplett random, ich hab komplett random mega weit vom Schuss reingefust bei Wolkenkratzer. Und ich meinte, pass auf, ich kill jetzt ein und dann ist echt einer gestorben. Ach, die sind, äh, Dings, da, wo wir waren, irgendwie das, oder? Ja, die sind also hier. Gut gemacht. Nur Gefahrgutbehälter lokalisiert. Die haben aber auch mal ein Dorf reingemacht, also, kann sein, dass sie guckt. Drei Rekruten und zwei Rekruten haben die auf jeden Fall. Ich hab sogar einen Map, die ich noch kennen, oder? Das ist schon krass. Ja. Ja. Die Coastline kennst du doch auch. Ja. Aber die besser sind. Die haben eigentlich auch relativ krank gespielt. Jesus Christ. Schade. Schade. Die haben alles gegeben, ey. Ja. Deswegen meiner. Das ist nicht die erste, die man kennt. Die haben aber auch viele Shotguns. Der Standort ist Biogefahrgut. Ja, wir sollten aufpassen auf Fenster von... Mhm. Ja, oder sowas. Süß. Kloi. What the fuck, was machen sie? Lutsche hier. Helfen wir uns vor dem Kerl. Gibt's, Mann. So, ich hab das... Naja, aber die sind irgendwie kacke. Ich hab das Fick, Girl. Jetzt geht's los. Ich hab das Fick, Girl. Oh. Das ging schon. Äh, der war bei Roams. Sind die da oben drin? Ah, da. Da ist offen. Der ist low. Meintest du mich? Nee, guck mal. Schön. Easy. Das war aber Recruit. Mich hat bei Mei getötet. Hm. Boah, wo ballern die, Alter? Die ballern von überall. Haben wir noch drohen. Da oben ist einer. Raleinwechsel! Oh. Ich hab ihn. Verletzt. Tot. Jetzt hat sich Warmeider gezeigt, ja. Vorsicht, bin ich da so offen. Warmeider ist immer noch da am Treppenhaus. Ich wurde entdeckt. Ich hab die Cam, die Außencam hier immer noch nie drauf gemacht. Oh nein, da ist... Wo ist die Außencam von hier? Weiß das einer? Spam einfach. Durch das Regal kannst du spammen. Das ist Holz. Ah, kam zwei. Wie viele? Zwei sind im Raum. Mit Vermeisen runterwegs. Da, oh. Da ist er, da ist er. Da, 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 da. Oh nein! Nur noch einer vom eigenen Truppen. Eigener Trupp wurde eliminiert. Dammit, Alter. Da war alles offen. Scheiße. Ich bin sehr aggressiv. Ich hab gerade... Ich hab gerade... Okay, Fuse ist Kacke auf der Map bei den Gegnern im Angriff. Komm ich überhaupt nicht ran. Nein. Dafür mag ich die Waffe nicht. Nein, die sind überall rausgelaufen, wo es ging. Und rausgeschossen, wo es ging. Oh, why not? Ah, du musst doch Sniper mit der richtigen Sniper. Ne, das ist für mich der richtige Sniper noch. Ich find das... Ich glaub das, äh... Wärmevisier kann hier gut helfen. Und ganz kleine Löcher die aufmachen. Ja, das ist aber auch... Das ist aber auch, äh... Geschwächt worden ist. Wärmevisier. Und dann wieder verstärkt worden. Inwiefern? Inwiefern? Ist das geschwächt worden? Das wird halt inzwischen schwächer, wenn du dich bewegst, äh, die Markierung. Verschwindet aber inzwischen nicht mehr ganz. Also du hast immer ein leichtes Outliner, das wird stärker, wenn du dich weniger bewegst. Okay, die sind hier übrigens. Unten in der... Äh, gerade im Waffenraum, da wo wir drin waren. Zweite Runde. Komm, ich hab das... Ich hab den Behälter so fett angeguckt. Und ich hab ihn nicht entdeckt. Zeitverschmutzung. Das ist Daniel, oder? Beide. Beide. Und die haben C4. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Okay, die gehen schon mal ganz nach oben. Also die werden wieder rausballern ohne Hände. Rauslaufen. Dann haben wir das unbekannt. Angriffs erlaubt ist erteilt. Jo, hier oben sind einfach 800 Millionen Leute. Hier oben sind so viele Löcher. Wo sind die eigentlich? Da oben, also unten im Waffenraum, da. Muss man jetzt mal ein Tor schießen, hab ich gehört. Vier im Raum. Einer ist hier oben gewesen. Vier im Raum. Einer im kleinen Raum und drei im Hauptraum. Na gut. Keine Hardbreacher. Dann sollten wir den Raum angreifen. Mach ich mal die ganze Tür auf. Oh. Pfff. Nice. Nice. Oh mein noch drin. Ah scheiße, er hat mich. Nein. Nein. Er kommt raus. Nein, wir hast du verletzt. Kannst irgendwas reinwerfen? Ash könnte reinballern. Mit ihrer... Wohin? Nein. Aber mit deinem Schuss-Ding, wenn ein Verletzter da liegt. Mit deinem... Ash... Ich hab mich echt geblendet. Das mit Finca, keine Grenades dabei. Ich bin enttäuscht. Ich wusste nicht, dass die Nades hatten. Hat sie inzwischen, ja. Oh, die kommen jetzt. Get em! Armbehälter. Verdammt das Hund nötig. Ach, der ist rausgelaufen. Hä? Er hat doch alles rausgelaufen. Lol. Einer, die Garage ist offen. Nein. Oh mein Gott. Er ist runtergesprungen. Der kommt auch noch ein. Panik. Sechs Schuss. Sechs Schuss. Schön. Rook war unten in der Garage im Nebenraum. Der ist Half-Life. Der ist Half-Life. Drei. Lass mich jetzt mal beruhigen, so. Also, wo ist der Wichser? Er war in der Garage vorhin. In dem Nebenraum war er. Okay. Ich würde nicht ausschließen, dass der auch aggressiv irgendwo wartet. Ja, da, da ist, hat er mich auch von außen, also er hat mich von innen außen erschossen. Von innen außen? Also, er war in und er hat mich außen halt gekillt. Ich weiß, hast du noch ne Drohne? Nein, leider nicht. Kack. Finde ich, das habe ich auch gemacht. Mhm. Du hast 20 Sekunden, ich würde vielleicht sogar da runter droppen. Da, in den Nebenraum, in den Kleinen. Es bleiben noch 15 Sekunden. Und er war links in dem Nebenraum. Also, da geradezu, da links. Da war er. Da war er. Nice. Ich habe einen Achievement bekommen. Wir haben den Ding secured. Haben wir noch nie ein Ding secured? Noch nie einen Gasbehälter? Schiefen, den Puckin. Naps, damit hast du ja auch noch den Puck gesaved. Schöner Clutch. Oh mein Gott.